Sie haben sich für einen Sonnensegel zur Beschattung entschieden und möchten nun die Position der Betonfundamente bestimmen. Wir wollen Ihnen erklären, wie dies gelingt und von welcher Vorgehensweise wir aber lieber abraten. Ausführliche Anleitungs- und Montagevideos stellen wir für unsere Shop-Kunden in unserem Premium-Bereich zur Verfügung. Für regelmäßige Tipps und Tricks abonnieren Sie unseren YouTube-Kanal. Grundsätzlich empfehlen wir zwei Vorgehensweisen zur Bestimmung der Position Ihrer Betonfundamente. Je nachdem, ob Sie Ihr Sonnensegel mit dem Befestigungsmaterial zusammen erworben haben oder erst die Befestigungen anbringen, um dann Ihr Sonnensegel nach Maß in Größe und Form zu bestimmen und zu bestellen. Beim Sonnensegel nach Maß können Sie die Befestigungspunkte vorab frei wählen, weil Sie die Segelgröße und die Segelform danach erst anhand der Befestigungspunkte bestimmen. Wenn Sie das Befestigungs- und Spannmaterial mit dem Sonnensegel zusammen Schritt für Schritt installieren möchten, sollten Sie die Betonfundamente und die wandseitigen Verankerungspunkte nicht planen und installieren, bevor Sie nicht auch das Segel vorliegen haben. Denn ein Sonnensegel ist kein Terrassendach. Sonnensegel haben eine fertigungsbedingte Maßtoleranz von bis zu 3%. Dadurch können die Form und das Maß leicht abweichen. Zudem können Sonnensegel unterschiedlich hoch- und geneigt installiert werden, wodurch sich nochmal die Winkelhalbierende und somit die Befestigungsposition verändern. Bei der Planung eines Sonnensegels muss man unbedingt anstatt zweidimensional in der Fläche dreidimensional im Raum denken. Dies liegt daran, dass die Höhe der Wandbefestigung und die Höhe der Mastbefestigung nicht zwingend auf einer Höhe liegen und je nach Einbausituation variieren. All dies hat Auswirkungen auf die Positionierung der Fundamente, weshalb diese vorab nicht einfach zentimetergenau zu berechnen sind. Ein Sonnensegel sollte in der Winkelhalbierenden in Zugrichtung nach außen installiert werden und möglichst faltenfrei und straff zu spannen sein. Sie können Sonnensegel mit verschiedenen Spannmaterialien wie Segelspannern, Seil- oder Flaschenzügen unterschiedlich lang befestigen. Die vorab bestimmte Position der Fundamente kann auch hierdurch schnell falsch geplant sein und Sie haben keinen Spielraum, um dies auszugleichen. Wie Sie bei dem Aufbau Ihrer Sonnensegelanlage bestmöglich vorgehen und wie Sie das Sonnensegel mit dem Befestigungs- und Spannmaterial zusammen Schritt für Schritt installieren, zeigen wir Ihnen in unseren ausführlichen Montagevideos. Diese finden Sie hier in der Infocard verlinkt. Wenn Ihnen das Video weitergeholfen hat, dann hinterlassen Sie doch einen Daumen nach oben. Falls Sie noch Fragen haben, schreiben Sie die hier bei YouTube direkt unter das Video oder an die eingeblendete E-Mail-Adresse. Vielen Dank fürs Zuhören.